Der Podcast für Männer mit Seele. Hier ist wieder für Dich Markus Lehmkuhl. Das heutige Thema lautet Wer wir waren. Das ist unter anderem ein Buchtitel eines wirklich kleinen Handbuches von Roger Williamson, der leider nicht mehr unter uns weilt, was ich im letzten Jahr mir am Flughafen in Wien gekauft habe. Und ja, das hat mich direkt angesprochen. Alleine schon die Zitate, die er auf dem Rücktitel veröffentlicht hat. Und kann das auch nur empfehlen, sich das zuzulegen und mal durchzulesen. Wer wir waren. Who we are. Und einen passenden Titel dazu von Pretty Man, wie passend, habe ich dir nachher auch in die Show-Notes gestellt. Wer wir waren. Roger Williamson sagt, Wir waren jene, die wussten, aber nicht verstanden, voller Informationen, aber ohne Erkenntnis, randvoll mit Wissen, aber mager an Erfahrung. So gingen wir, nicht aufgehalten von uns selbst. Und dieses Buch ist ganz klar eine Aufforderung an uns zu handeln, uns selbst aufzuhalten und zu überlegen und innezuhalten. Und das hat mich auch inspiriert, mit dir darüber zu sprechen, wie man diesen Titel, wer wir waren, positiv sinnvoll interpretieren darf, hinterfragen darf, wo du dich auch hinterfragen darfst, wer warst denn du? Und meistens zwingt sich dir ja der zweite Teil des Satzes auf, bevor, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und soll ich dir was sagen, wie ich das beantworten würde, wer waren wir, bevor wir versaut wurden? Bevor wir verwickelt wurden, was wir heute, je nachdem, was wir alle in unseren Rucksack an Lebenserfahrung gepackt haben, wieder entwickeln und rauswickeln dürfen. Womit sind wir verwickelt worden? Welcher Kern? Was war, bevor wir beeinflusst wurden? Bevor wir unter Bedingungen gestellt wurden? Bevor man uns gesagt hat, was wir zu tun und zu lassen haben, wie wir zu sein zu haben, wie wir brav zu sein haben, was wir nicht zu tun haben und, und, und. Wer waren wir, bevor das eingesetzt hat? Und wie schwer kommen wir heute an diesen Kern? Ich sage immer an diesen Geburtskern, der uns ausmacht, mit dem, was wir wollen, was uns antreibt, wo der Sinn unseres Lebens auch verborgen ist. Wer waren wir? Und wie mühsam ist es heute? Und wie viel Geld müssen wir dafür aufgeben, wenn wir willens sind, uns zu verändern, uns den Sinn unseres Lebens zu finden, den wir ja so sehr eingewickelt haben und in dem wir verwickelt wurden, ob wir wollten oder nicht, weil wir in einem Umfeld geboren werden, was Bedingungen an uns stellt, damit wir dazugehören, damit wir angepasst sind, damit wir nicht auffallen, damit wir keine Außenseiter sind, damit wir nicht bestraft werden, damit das System uns nicht auf die Fresse haut und, und, und. Wer wir waren, was ist unsere Natur, was ist unser Ursprung? Und irgendwie sind wir alle auf der Suche und nach Zufriedenheit, nach Glück und, und, und. Aber sind wir wirklich bereit? Bist du wirklich bereit, dich auszuwickeln, all das mal zu hinterfragen, was dich unter einer Bedingung stellt, wo du glaubst, Bedingungen und Erwartungen erfüllen zu müssen, wo du die Glaubenssätze, die du in dich reingefressen hast, die dein Ich heute ausmachen, deine Identität ist für mich ein Sack voll Glaubenssätze, den du dir im Laufe der ersten Jahre angeeignet hast, der dir eingetrichtert wurde und du verhältst dich analog zu dem, was du glaubst. Nichts anderes. Aber ist das, was du glaubst, richtig für dich? Weißt du das? Wer hat dich das mal herausfinden lassen? Hast du mal versucht, das für dich herauszufinden? Wer warst du, bevor das alles eingesetzt hat, bevor sich dich das alles verwickelt hat, dieses ganze System, Familie, Schule, Gesellschaft, Gesetze, Kirche, Medien, allem, was wir ausgesetzt sind, allen, wo überall, wo Erwartungen an dich gestellt werden, wie du zu sein hast, damit man dich was mag? Bist du dir sicher? Oder einfach, dass du angepasst bist und nicht auffällst? Aber dieses angepasste, nicht auffallen, was ja gerne mit Konsummateriellem Wohlstand kompensiert oder schön gefärbt wird, ist ja meistens das, was dich am Ende auch nicht glücklich und zufrieden macht. Und dann sind wir alle irgendwo auf der Suche und rennen wie wild durch die Gegend mit Seminare und weiß der Geier, was Chaka Chaka, bumm, 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 kommen mal kurz in eine positive Energie im Kollektiv, gehen wir nach Hause, zack, fällt wieder alles zusammen wie ein Kartenhaus und suchen uns einen Wolf. Aber fangen doch mal ganz einfach an, ganz neutral, wirklich ganz neutral hinzugucken, wo, wie, mit wem bist du du selbst? Unter welchen Umständen fühlst du dich wohl? Mit welchen Menschen, in welcher Umgebung, in welcher Tätigkeit fühlst du dich wohl? Unabhängig von Familie, Beziehung, Firma, Beruf, alles, was da an dir dranhängt, was ja eine gewisse Art von Abhängigkeit darstellt. Alles, von dem du glaubst, dass da Erwartungen sind, die du zu erfüllen hast, weil das Leben ist ja so und blibla blub. Also wo genau fühlst du dich wohl? Und sei mal bitte so brutal ehrlich und stell alles in Frage. Deine Beziehung, deine Familie, deine Kinder, alles. Wo sind deine Momente? Wo sind deine Phasen? Was ist dein Feld, wo du sagst, da fühle ich mich wohl? Das mache ich gerne. Mit den Menschen bin ich gerne zusammen. und Grätsch, bitte nicht wieder direkt mit einem Ja, aber ich muss doch und Familie. Nein. Und meine Eltern und ich sage, nein. Du musst gar nichts. Du musst zufrieden sein. Für dich. Also wo ist das Feld und wie groß ist dein Feld, wo das geschieht und wo du das erlebst und wo du dich verwirklichen kannst, dass du zufrieden bist, wo du glücklich bist. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie groß ist dein Feld in deinem Alltagsleben aktuell? Und wie groß ist das Feld, wo du glaubst, ich muss mich darum kümmern und da ist doch eine Erwartung und hier muss ich doch und es ist doch meine Familie und es ist doch mein Bruder und wir müssen doch zusammenhalten und dann muss man doch dies und dann muss ich doch das. Wo ist denn überall ein Muss für dich? Ein geglaubtes und gefühltes Muss für dich. Wie groß ist denn dieser Anteil? Mit Job, mit Familie, mit Nachbarschaft, Sportverein, Beruf, was auch immer dich in Erwartung bringt oder dich unter Gefühlten und Gedachten und geglaubten Bedingungen stellt, dass du so zu sein hast, dass du das doch tun musst. Das macht man doch so. Worum geht es denn? Am Ende geht es um dich. Um dein, um dich. die Kombination aus du und ich. Dich. Es geht um dich. Du bist der Wichtigste. Und nicht die Beziehung und die krampfhafte Aufrechterhaltung, Erwartungserfüllung, Bedingungsstellung in Beziehung. Also wo du um Beziehung kämpfen musst, die dir eigentlich, wenn du ganz, ganz ehrlich bist, keinen Bock machen oder nicht so wirklich Bock machen oder aber sagst, ich würde lieber was anderes machen, als an dieser Familienfeier teilzunehmen, als diese Freunde zu treffen, als das zu tun, als jenes zu tun und dich irgendwo verpflichtet fühlst. Zieh mal richtig Bilanz, knallhart. Denken darfst du alles, deswegen musst du dein Leben noch nicht ändern. Aber denken darfst du alles. Und diese Phasen, Räume, Freiräume, Zeiten, wo du für dich sagen kannst, yes, das ist mein, da fühle ich mich wohl, mit den Menschen fühle ich mich wohl. Ich glaube, dann bist du an dem Kern, der den Titel dieses Podcastes widerspielt, wer wir waren. Am Anfang, am Ursprung, an unserem natürlichen Sein, was noch nicht unter Bedingungen und Erwartungen gestellt wurde. Und das ist das, was wir suchen. Und das ist das, was wir ausleben wollen. Also hock dich mal hin. Sei mal ehrlich. Denken darfst du alles und musst es ja nicht mal erzählen. Weil teilweise kann es sein, du kriegst ein schlechtes Gewissen dabei, aber das sind doch meine Eltern und das ist doch dies und das ist doch das. Das kann ich doch so nicht denken. Das kann ich doch nicht denken. Denken darfst du alles. Denken darfst du alles. Und du darfst zu dir ehrlich sein. Zu wem denn sonst? Es geht um dich. Das ist deine Identität. Deine Identität ist das, was dich glücklich macht. Dein Ich. Und nicht die Beziehung, die du glaubst, erfüllen zu müssen für einen gewissen Zweck X oder ein Ergebnis oder weil es für dich verpflichtend ist. und ich würde mich wirklich freuen, wenn du, wenn ihr mir mal eure Quote eures gesunden Ich-Seins, eures natürlichen Seins, der, der ihr wart und der ihr seid, mal mitteilen würdet. Einfach nur eine Zahl von 1 bis 10. Wie groß ist dein gefühlter Anteil? Und freue mich über jedes Ergebnis und jede Zahl, die du mir schreiben magst oder aber auch über jede Kontaktaufnahme, wenn du mit mir darüber sprechen magst. Dein Markus Lehmkuhl